So, hallo, willkommen zurück hier auf meinem wunderschönen YouTube-Kanal. Heute mal mit RimWorld ein Spiel, was vorgestern, nee, gestern, nee, vorgestern am 15. Juli auf Steam veröffentlicht worden ist. Das Ganze ist wieder mal ein Early Access-Titel, wie auch alles. Egal, und es ist halt RimWorld, ne? Es ist ein ziemlich cooles Spiel, erinnert so ein bisschen an Prison Architects, also von der Grafik her. So ein bisschen von einem anderen Prison Architekt. Und wir gründen jetzt einfach mal eine neue Kolonie. Also ich erkläre jetzt nicht, um was es in dem Spiel geht, sondern das sehen wir gleich alles, alles so nach und nach. Jetzt haben wir halt hier so die, ja, was man halt so, was man halt so machen kann. Also wir haben halt hier das Teil, da hatten wir halt gleich schon drei Personen. Beginnt mit dem Kram hier, also wir haben viel Medizin, viele Bauteile. Eigentlich ganz cool. Wir haben hier den reichen Explorer. Es ist halt nur einer. Hat halt das hier alles dabei. 40 Medizin, ja, oder hier die Lost Raps sind schon fünf Leute. Ich habe die zwar schon mal probiert und ich fand, dass man den fünf Leute am Anfang, finde ich, ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen, ja, seltsam. Irgendwie komisch geworden. Wir nehmen das hier mal, den Ridge Explorer. Ja, das sind so jetzt die, wir nehmen die da und machen Basisbau. Ja, das ist ein ganz normaler Basisbau. Kommen halt immer mal ein paar Bedrohungen oder sowas. Das ist jetzt einfach nur so ein freies Spiel, da kannst du bauen, wie du willst. Das ist schon halt so die, 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 der Schwierigkeitsgrad, ne. Ich meine einfach nur ganz normaler Basisbau. Ähm, die Größe, machen wir mal groß. Komm. Achso, kommt hier eh noch gleich. So, jetzt sind wir hier. Das ist unsere Karte. Gehen wir erstmal einfach weiter und machen einfach mal einen groß. Riesig, ne, machen wir nicht mal einfach, wir haben einfach groß. Und machen einfach jetzt mal, ähm, ja, also das hier ist unsere Map. Und wie man halt so sieht, ne, hier oben, je mehr heller das wird oder so, mehr weiß. Ist, also, ne, hier so, da ist es halt kalt, ne. Wenn wir jetzt mal guckt, hier oben, nochmal mal hier, ne, hast du die Durchschnittstemperatur, sind minus 20 Grad, im Winter sind es minus 44, und im Sommer sind es gerade mal plus 3 Grad. Also, mh, nicht gut. So, wenn wir jetzt hier hingehen. So, da haben wir im Sommer 25, im Winter minus 2. Mh, ich will eigentlich, ähm, ähm, wenig, ähm, ja. Wenig Winter. Ne, wie jetzt hier unten, haben wir es halt ganz gut, aber da wird nicht viel wachsen. Daher ist hier schon ganz cool. Ich denke mal, so 26 Grad im Sommer und 4 Grad im Winter ist okay, glaube ich. Guck mal, vielleicht gibt es mal ein bisschen was Besseres. Mhm. Ich glaube, das war da schon ganz gut. Hier, da, gemäßigter Wald, das ist so gut. Sommer sind es 30, im Winter sind es 10. Jo. Wachstumsperiode ist ganzjährig, also es wächst. Wir können halt auch immer wachsen lassen, den Krempel. Ich glaube, wir nehmen den Landeplatz. Gut. So, jetzt haben wir hier, mit der Tante fangen wir an, die schon 44 Jahre, und, ähm, ich gehe davon aus, dass die Zahl hier hinten, die Zahl ist, wo sie stirbt, an Tagen oder so. So, chronologisches Alter, 244 Jahre. Ach so, okay. Nee, gut, egal. So, jetzt haben wir halt hier die, die Fähigkeiten sind eigentlich so schon ganz okay. Medizin ist 8, das ist ganz cool. Kochen kann sie. Landwirtschaft, Bergbau, Kunsthandwerk, Forschung. Eigentlich könnten wir die ja schon fast nehmen. Die ist eigentlich, hat von jedem ein bisschen was, außer Konstruktion, aber, äh, gut. Und, äh, ja, wollen wir die, wollen wir die, wollen wir die, ja, wir nehmen die, komm. Wer weiß, wir, wir hätten vielleicht noch was Besseres finden können, wir hätten aber auch wahrscheinlich was Schlechteres finden können, ne. Von daher, lassen wir das halt einfach mal, so wie es ist. So, jetzt wird die schöne Karte generiert. Oh, 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 oh. Ah, das ist ja ganz schön, ganz schön laut. So, dann hört man ja mein zahler Stimmchen nicht mehr, oder? So, hier sind wir, das ist hier die Josefine. So, da haben wir jetzt noch, was ist denn das hier? Das ist ein Energiegewehr. Komm, nimm das, Bitch. Hier, ausrüsten. Gut. So, das haben wir schon alles, das haben wir hier alles. Silber, Überlebensration, Gold. Ist das hier unser Haustier? Ja. Also, jeder, ähm, Mensch praktisch, mit dem man hier anfängt, hat ein Haustier. Manchmal sind es seltsame Haustiere. Jetzt haben wir hier einen Yorkshire Terrier. Ähm, es gab auch schon Affen. Ja, Affen, ähm, ja, Affen halt. So, die haben wir unsere schöne Karte. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir könnten ja praktisch schon fast hier bleiben. Sehr gut. Ähm, so, komm, das lassen wir erstmal alles hier nehmen. Doppelklick drauf und F, dann heißt das, dass die das auch benutzen darf. Ach, guck, jetzt sind noch mehr. Was ist denn das Eisen, oder? Stahl, ja. Darfst du alles benutzen, die gute Tante. Ähm, dann machen wir einfach mal schnell, äh, die Lagerzone. Machen wir einfach erstmal kurz hier das Lager hin. So. Jetzt solltet ihr eigentlich anfangen und das Zeug da runterschleppen. Ah, macht's sogar. So, Strukturen. Na, wir lassen uns so weiter, warum wir es machen können. Wir fangen einfach mal mit den Strukturen an und bauen erstmal eine Wand. Erstmal so einen kleinen Unterschlupf. So, was Kleines machen wir einfach mal. Ach, machen wir mal sechs mal. Machen wir mal sieben. Sieben. Sieben mal sieben. So. Und eine Holztür machen wir hier rein. So. So. So, dann soll es auch gleich einen Holzfußboden reinknallen. Und gleich noch ein paar Möbel mit bei. Machen wir noch ein schönes Bett. So. Kleiner Holztisch noch in die Ecke. Und noch einen Holzstuhl. Eine Fackel. Und da würde ich sagen, haben wir es ja schon fast. So, wir können das Ganze auch ein bisschen beschleunigen. Machen wir auch mal schnell. Na, hier drüben haben wir auch schon hier... Wir sollen ein Bett bauen. Machen wir ja auch hier. Wir haben gerade 20 Grad, das Wetter ist klar. Und wir haben... Der erste im Frühling. Im Jahr 5500. Auch sehr schön. Ja, die bauen ein bisschen langsam, weil ich eigentlich für nicht drauf gedacht habe, dass die ja eigentlich bei der Konstruktion bedeutet ja, dass die schneller bauen können und dann die Null bei den Werten. Ist halt berufgelaufen. Aber was soll's. Stoff. Wir brauchen Stoff. Wir brauchen Stoff. Geht doch wohl noch nicht. Okay. Ein königliches Bett. Schlafplatz fürs Tier. Schlafkiste fürs Tier. Auch Stahl. Nein. Komm. Fälle mal Holz. Ja, mal draufklicken auf Y. Dann, ähm... Mach dir halt sowas. Mach das Dach drauf. Oh, da muss ich schlafen. Die Arme. So, kommen wir aus meiner Holzkiste für das Tier. Damit das arme Hundi auch mal irgendwo schlafen kann. So, wir müssen auch noch drauf achten, dass wir genug Nahrung haben. Auch hier ist nochmal unsere Medizin. Nehmen wir natürlich gleich mit. Vorratspasten oder Rationen haben wir noch neun. Insgesamt haben wir aber 18. Mit denen da unten? Nein, neun, neun. Ist das nur neun oder ist das nur zwei? Ach, neun. Gut, also haben wir eigentlich noch viel Überlebensrationen. Erstmal. Hm. Schwierig. Aber wir bauen... Naja gut, wir können nix anbauen. Wir haben keine Zeit zum anbauen. Hm. Ja, komm. Seh mal zu. Kann Animal Sleep Blocks nicht... Keine Materialien. Wir haben doch hier Holz. Ist doch aus Holz. Holzschlafkiste. Hm. Ah, jetzt. Okay. So, gucken wir mal. Wir bauen erst mal Strom. Wir können sogar schon alles bauen. Wir bauen... Nein, wir haben noch kein Stahl. Noch Stahl, oder? Hier ist doch Stahl. Komm, hol das mal ab. Moment, Befehle. Ah, macht's ja schon. So. Wo hast du denn Strom? Nenn mal die Windturbinen, weil die machen eigentlich schon ganz schön, schön Wind. Ist jetzt mal ein bisschen außerhalb hin, glaube ich. Ungefähr hier. Dann brauchen wir noch die Batterie. Die setzen wir hier dran ans Haus direkt, würde ich sagen. Ja. So. Dann könnten wir uns nämlich eine schöne Städel einfach noch hier reinzimmern. Na, Essen. Nee, nichts mehr. So, da fängt es schon an. Sie dreht sich und produziert ein wenig... Kein Strom. Hm. Das ist ja doof. So, legen wir erst mal Stromkabel von hier. Erstmal an die Batterie. Ach, guck mal, liegt unser Hühnchen da drin und schläft. Was wir auch nochmal bauen könnten, was relativ wichtig wäre, finde ich, finde ich wichtig, ist einfach ein kleiner Raum. Jetzt setzen wir einfach mal erstmal außerhalb hin, bis wir uns ein bisschen... So. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Ich finde, das ist schon ziemlich wichtig. Ähm, wir machen einfach erstmal ein Holzbett hier rein. Reicht einfach, wenn wir das so machen. Und eine Fackel nochmal nicht. Nein, wir machen hier einfach eine Fackel rein. So. Ja, produziert schon ganz gut Strom. So, haben wir das jetzt angeschlossen? Na, hier fehlt noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir Strom. Und die Batterie lädt sich auf. Mit dem Strom war es halt. Ja, ihr wisst schon. So, ähm... So, Sherry, komm. Bau mal... Achso, dann müssen wir das nochmal ein bisschen Holz... Holz hacken. Damit ich das hier nicht bauen kann. Ah, den Boden. Machen wir noch einen Holzboden rein. So. Na, die Batterie lädt sich schon ein bisschen auf. Das ist gut. Ähm, braucht ihr jetzt eigentlich gerade Strom? Weil eigentlich brauchen wir ja kein Strom, jetzt wenn es hell ist. Theoretisch, ne? Egal. Also, wir haben uns hier das Ding gebaut, so einen kleinen Raum. Und da machen wir einfach jetzt hier eine... Ein Gefängnis draus. Weil wir werden nämlich angegriffen. Also, wir werden später irgendwann angegriffen. Und, ähm... Da ist es ganz cool. Da können wir dann einen Gefangenen... Da könnten wir dann einen, ähm... Ähm... Wer uns dann angegriffen hat. Und wir haben ihn nicht getötet. Können wir ihn da einsperren? Können wir ihn überreden? Ach, der will handeln. Könnten wir ihn überreden, sich uns anzuschließen? Ne? So. Bauen wir jetzt hier die Verteidigung. Wo war denn das? Automatisches Geschütz. Das ist gut. Bauen wir nämlich auch. Bauen wir uns direkt hier vor die Hütte. Ne? Wenn Bösewichte kommen, schießt er jetzt halt automatisch. Ähm... Das ist eigentlich ganz praktisch. Juhu. So. Und da wir ja jetzt schon Strom haben, könnten wir uns eigentlich auch gleich... Äh... einen, 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 einen... Elektroherd bauen. Weil wir müssen uns nämlich auch dringend um die Nahrung kümmern. Weil wenn die weg ist, sehen wir nämlich alt aus. So. Wenn wir nämlich keine neue haben... Ist das nicht gut? Wir brauchen Stahl. Haben wir noch Stahl? Ja, aber nicht mehr genug. Was ist denn das? Ein Besucher. Achso. Ah, das ist ein bisschen Nahrung benötigt. Fängt nämlich schon an. Ähm... Dann tun wir einfach der Sagen. Die soll anbauen. Nahrung ungefähr. Ungefähr hier. Sollen sie ein bisschen Nahrung anbauen. Das wäre ganz wichtig. Uns verhungern die uns noch. Das wäre extremst uncool. Äh, weil unser Hund frisst nämlich auch fleißig mit. Äh, was geht denn hier ab? Äh? Ähm, was haben wir denn hier? Gold-Ade und interessiert uns nett. Wir bauen Stahl. Ähm... Puh. Was ist das? Komprimierte Bauteile. Ah, weia. Wollen wir denn Stahl hier? Was ist Stahl? Oh, das ist ganz schön weiter wie ich. Na gut. Letzt nix. Wir brauchen uns. Da nix tuns nix. Wir brauchen einen Stahl. Ähm... Wir haben eigentlich noch so viel Arbeit. Noch so viel zu tun. Hm. Haben wir jetzt Stahl? Hat sie was mitgebracht? Ja, jetzt baut sie den Herd. Das ist gut. Tü-tü-tü. Tü-tü. Yay. So, jetzt haben wir einen Herd. Das ist gut. Jetzt können wir nämlich essen und kochen, wenn das Zeug hier nämlich gar ist. So, das war's auch erst mal. Ähm... Nächstes Mal geht's weiter. Dann machen wir erst mal so einen Lagerraum. Bauen wir uns erst mal, damit das Zeug sicher verstaut ist. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ähm... Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Schuss.